Wolltest du nicht weiter? Kann man ihn noch mal anfangen? Nö. Michael! Hallo, willkommen zum neuen Vlog. Heute mit der Bette. Über Liebe reden ist wunderschön. Über Liebe reden ist wunderschön. Reden wir über ihre Kraft, ihre Macht. Lebt den Verstand, macht viel verlohnt. Über Liebe reden ist wunderschön. Leck mich am Arsch, ist das romantisch. Ja, nicht wahr? Ja. Scheiß jemand, dann ist das romantisch. Oh, der Saxophonist ist da. Ja, du hast ein schickes Instrument. Ja, danke. Was spielst du für ein Saxophon? Das ist ein Tenor, das ist ein Central und das ist ein Baritonsachs. Die spielst du alle? Oh, du hast einen Baritonsachs? Ja. Ich liebe Baritonsachs. Oh, du hörst es davon? Du sprichst dich anscheinend rum. Ein sehr schönes Instrument hast du. Ja, ne? Ja. Ja. Heute ist Gesangsprobe, deswegen habe ich extra meinen Zylinder. Und jetzt so wieder so eine Baupendel. Ja. Und Michelle mag gerne Züge. Okay, alles klar. Nur zur Erklärung, unsere Probenbühne ist öfter mal besetzt, deswegen müssen wir halt in einem Kinderwagen, in einem Kinderwagen, in einem Kindergarten proben. Ja, die geht auch seiner wichtigsten Beschäftigung nach. Nee, ich muss an der Figur des Höhlenmenschen arbeiten. Ah. Dich. Ich muss an der Figur des Höhlenmenschen arbeiten. Ähm. Mein Gott. Weißt du, das sind immer die Momente, in denen ich froh bin, dass ich gerade gefilmt habe. Dann machst du den Hubschrauber. Den Hubschrauber. Geil, Alter, siehst das mal. So sieht das aus, wenn Lurch Pause macht. Also nicht anders als im Stück auch jetzt. So, und das ist der Gnichel, der spielt übrigens den Fester. Manchmal auch Loser. Nein, Moment, nicht der Loser. Nicht der Loser, ich bin Fester. Ja, 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 ja. Dunkelheit und Kram, es ist wunderschreckliches Land. Au! Bist du bei Alex? Musst du in den Pfeilenburgen greifen? Komm, schenkt das Gift ein! Drück den Knopf! Familie, ihr bleibt Familie! Oh, und wie tun wir dies? Wir tanzen auf ihrem Gräber! Ja, mein Bruder, fester Tanz! Lass uns die Toten aufwecken! Eins, wir traben, riemen uns aus dem Bruch! Lass uns die Toten aufwecken! Ein Sammeldraben riemen uns aus der Bruch! So, das war wieder ein aufregender neuer Vlog. Im nächsten Vlog, kann ich schon mal verraten, im nächsten Vlog werdet ihr unser Probenwochenende sehen. Ja, wir verschanzen uns für ein ganzes Wochenende weit, weit weg von unseren alltäglichen Proben. Irgendwo, wir wissen auch gar nicht wo, doch, wir wissen wo, aber ich weiß es jetzt nicht. Bis dann, ihr könnt das nämlich im nächsten Vlog sehen. Bis dann, Frau Kohl!